Wir schauen mal rein bei Schattenspieler. Er hat irgendwas gemacht, irgendein Sketch. Ich hoffe, das ist ein Sketch. Komm, bring mich zum Lachen. So, auf geht's, Runde. Zeit für ein... Oh, ich sehe gerade, die Qualität ist ganz schlecht. Zu viele Downloads laufen. So, auf geht's, Runde. Zeit für ein Duell. Oh mein Gott. So, komm, noch eine Runde hier. Yugi, let's go. Nee, ich weiß nicht, ich habe einfach keine Zeit mehr. So, das ist einfach zu viel für mich. Sorry. Ich bin raus. Kuckoo. Neues Structure Deck. Und zwar mit Jack Atlas. Jetzt unser Verlassen. Gut, ich verstehe den ersten Gag nicht. Hä? Er hat keine Zeit mehr? So ein Duellis Deck. Ja, voll geil. Ja, es gibt da neue Karten und man kann jetzt eine really coole Kombo machen. Wollen wir einfach mal spielen? Ja, okay. So, komm, noch eine Runde. Let's go hier. Nee, was, was? Nee, das war lustig so, aber ich habe wirklich keine Zeit. Und nee, ich muss, ich muss echt auch fangen, das Mann. Sorry. Ah, das neue Haupt-Z, Phantom Nightmare. Endlich neues Haupt-Z auf, Mann. Let's go. Ist das Jubel? Die kenne ich ja noch. Ja, das ist Jubel. Jubel hat neue Karten bekommen, neuen Haupt-Z. Oh mein Gott. Komm her, ich zeig's dir. Es gibt jetzt wirklich neue Jubel-Karten? Neue Karten extra dafür, nur für Jubel. Und es gibt ein neues Fusionsmonster. Und dann kann man mit Super-Poly alle wegfuseln. Was? Wie geil. Ja, ist richtig gut. Soll ich dir das Deck mal zeigen? Ist das jetzt, ist das tatsächlich schon raus? Oder hat er das einfach, weil er bei Konami im Verdienst... Ist er noch bei Konami drin? Topf der Gier. Die ist verboten. Ist das jetzt ein Problem, oder was? Ach was, passt schon. Zieh zwei. Passt schon. An elegante Wohltäter. Die ist auch verboten. Der Hundtopf, der war jetzt auch okay. Was soll's? Ja, komm mach. Zieh drei. Dann Discard ich zwei. Perfekt. Und... Exodia. Ich hab gewonnen. Tach. Und die Karten waren alle markiert. Die waren alle rot. Die Exodia-Karten waren rot, die anderen waren grün. Ist das euch aufgefallen? Ja? Ja, das ist auch nicht erlaubt. Okay. Das war jetzt... Weg und... Exodia, ich hab gewonnen. Tach. Tach. Hallo? Das darf man nicht. Ja. Hallo? Äh, dann... Dann zieh ich noch grad weg und du bist... Tja, dann zieh ich. Und ich würd sagen, es ist Zeit für mein Bossmonster. Ich beschwöre... Sparkman in Andersmodus. Attacke. Äh... Hauptsache, er hatte die Handschuhe an für die riesige Karte. Dann aktiviere ich Fusion. Und dann fusioniere ich... Obwohl... Nee, warte mal. Ich schwöre ich... Ja doch, das ist ganz gut, glaube ich. Äh... Nein. Obwohl... Nee, warte, warte. Nee, ich beschöre... Ich beschöre... Inja mit... Inja. Hups. Hat... Effekt 1, 2. Äh... Was? So. Also ich finde, das ist das geringste Problem... Den Ordner als Extra Deck zu verwenden. Wenn man das vorher ausgemacht hat. Das Recht ist Julio, ne? Ganz unbeteiligt. Wie er vorbeischaut so. Als wäre er nicht Julio. Der Jubelsupport ist tatsächlich schon da. Oh, danke Lucifus-Follow. Oh. Hahaha. Heute her. So. Oh.